Auf unserem Weg zum unfallfreien Fahren versuchen wir Sensoren und Systeme zu entwickeln, um Gefahrensituationen zu erkennen und diese zu verhindern. Ich habe mein Kamerasystem gekoppelt mit einem Radarsensor. Diese Sensorik beobachtet den Raum vor dem Fahrzeug, erkennt Gefahrensituationen und reagiert entsprechend. Wir haben ein Fahrzeug dabei mit einem Linksabbiegerassistenten. Dabei können wir mit sogenannter Fahrzeug-zu-X-Kommunikation den Fahrer auch vor unsichtbaren Gefahren warnen und Unfälle verhindern. Und den Rest schaut man sich am besten selber bei uns am Stand der New Mobility World an. Das Besondere an diesem Parksystem ist, dass es rein kamerabasiert arbeitet. Das heißt, sowohl Hindernisse als auch Parkmarkierungen werden durch vier im Wagen verbaute Kameras erkannt. Das Ganze können Sie heute live erleben hier bei uns, New Mobility World am Außengeländer. Heute wollen wir Ihnen zeigen, das ist unser Emergency Brake Assist. Sensors detecten die Umgebung der Fahrer und wenn es eine Umgebung ist, wie ein Kind auf der Straße geht, die Sensor detectt dies und ein Autonomous Braking zu verhindern. Wir haben eine Left-Turn-Assistent mit uns. Das ist eine Funktionale, die Sie bei Intersections helfen. Jeder von uns kennt diese typische Situation. Sie wollen nach rechts auf einer Intersection gehen, aber es gibt eine andere Fahrer, zu blockieren die View von der aufhörigen Trappe. Das Besondere an diesem System ist, dass es nur Kamera-basiert ist. Das bedeutet, dass Obstacles und Parking Marker wurden von vier Kameras montiert auf der Fahrer. Sie können das live hier sehen, in der New Mobility World am Außengeländer. Menschen wollen nicht mehr in die Ausbildung sein, die nicht mehr in den Bedingungen aufgrund der Fahrer müssen z yieldiert werden. Sie können das Schlimm-Arkungs-Akoholm auch anbieten. Untertitelung des ZDF, 2020